Daher fahren werde ich allerdings auflassen, glaube ich. Da plant ich immer so. Und das da? Könnte man eigentlich planieren, oder? Daher bin ich nicht dran. Daher bin ich mich nicht dran. So was sagt dann, kann man es gleich gehen. Die Sau prügelt hier oben und die Päppel glännt hier her. Und dann brauche ich jetzt keine Tische mehr. Die schneiden wir weg. Schaut ein bisschen beschwert aus. Und da könnte ich dann ungefähr mittig meine Kneippe herzümmeln. Und ich darf dann ruhig ein bisschen in den Berg reingehen. Ich meine, ich mache so sehr. Aber ja, kann ich jetzt belobten. Und das Holz brauche ich auch noch. Allerdings werden wir die Kneippe herzümmeln in der nächsten Aufnahme herzufangen. Die Lampen. Die Lampen. Ich probiere mir die aus. Crystal Shot. Crystal Shot. Die Lampen. Ich bin auf die Treppenklump. Ich bin auf die Treppenklump. Dann ist lieber gerade auch am Boden. Ich bin auf die Treppen der Zentrenklump. Wann werde ich sagen, dann bin ich geschwind zum Hafen, bevor wir noch zum Schluss umschauen, den Puckrum anpassen. Okay Leute, ich glaube ich sagen, der Hafen ist das erste Mal fertig. Ihr sagt mal, ob wir den Hafen in der nächsten Aufnahme nehmen. Die werden wir dann genau dahin bauen. Schau das aus. Schau das aus, geil. Ja, ja, ja. Respekt. Ich muss hier. Ja, ja, ja. Wobei, könnte fast ein bisschen wie drüben sein, aber gut ein bisschen. Ein Stück, muss er so. Warte mal. Oder die Geisel lotieren. Nimm es ruhig. Ich glaube, das ist die bessere Lösung. Die sind doch nicht so übertrieben groß. Naja, kann man da hinten rumgehen. Da sind nur drüben zwei. Naja, dann ist es so. Soll ich über den Lob gesandt. Scheiße. Das tun wir heute. Wann ich da hinten hin, muss langer. Das sieht gut aus. Ja. Ein bisschen kalt ist. Moment. Der Hafen vom Schiefhaus. Na ja, kann man schon lassen. Wie gesagt, kommt dann da die Hafenkneppe hin. Und da könnte man wieder rum. Weiß nicht. Lagerhaus bauen. Ein Lagerhaus am Hafen. War zumindest eine Möglichkeit. Oder man baut einen Leuchtturm hin. Ich meine, ich werde auch was. Okay, Leute. Dann darf ich sagen, zurück zum Schluss. Moment, die Hülle. Da war ich los. Dann will ich mich geradet, bis ich den Bugrum abbeißen. Damit er nicht mehr so eckert ist. Ja, im Moment nur eine Katastrophe, gell? Aber nicht mehr lang. Eine eckerte Katastrophe. Das ist gut, die Hülle kommt ausbissern. Die Katastrophe. Ja, geht los. Ein Gussbocktreffen. Ja, geht los. Kein Gussbocktreffen. Das hat er versucht dann. Passt, oder? Brembo, auf dem Boden. Der Planierer kommt. Wo ist das denn aus? Geht oder? Da könnte man auch so einen Glanz eh gerne bauen. Besser, da aufhören. Ja, da brennt die Sau. So, fand fröhlich. Ja, das lief ich hier. Ich meine, ich frisch mich gleich zusammen. Weil ich mich so anschaut. Könnte aber sein, dass es sich wundert, was ich da für einen Blödsinn baue. Ich weiß nicht, was hab ich denn? Ich weiß nicht, was hab ich denn? Bei der Sommer hinaus sind's aber finster. Der rennt ja fast hier draußen. Ja, auf der Map seh ich auch nix mehr. Du, warte mal, meine Bäume, die pflanze ich auch mal, gell? Dein wuchsen sie irgendwann mal. Dann habe ich gerade noch, die sehe ich da vorne nicht. Musik 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 Musik